Man hat einen Knall gehört, Geschreie, dann kam schon die Polizei und alle wurden rausgeschickt. Es war einfach viel Polizei drumherum, viele Menschen, die gelaufen sind, geschrien haben. Wir haben nur einen Krach mitbekommen und danach alles abgespielt. Das war ein Riesenkrach, Knackern, tack, 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 Menschen, Schreie, alles Mögliche. Die, die da saßen, sind weggerannt und die, die da nicht saßen, waren neugierig und sind hingerannt. Die ersten zwei Verletzten, die haben sich auf jeden Fall nicht bewegt, das kann ich nur sagen. Die wurden alle an mir vorbeigetragen und die lagen auf einer Ware. Ich habe dann auch weiter geguckt, ich habe mehr gesehen und ich wollte nicht, ich habe immer noch Angst, dass ich irgendjemand davon kenne. Ich komme ja aus Münster, ich hätte da auch fast mal arbeiten können, ich habe mich da auch beworben. Worte habe ich dafür jetzt gerade nicht, ich bin einfach nur überfordert. Diese Bilder werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder los.